Gut, Getränke sind jetzt 100% vervoll, äh, ne, voll. Aktivitäten brauchen die auch noch. Brauchen die jetzt auch noch so eine Forschungsanlage? Oh, Diamantförderanlage hört sich interessant an. Da, 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 da. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich find's nicht. Vorhin hatte ich's. Schleifverteidigung. Flughafen. Nääääh. Ich find's schon wieder nicht. Ich hab's doch vorhin gesehen. Ich könnte Tage in meinem Labor verbringen, aber ein Fenster wäre trotzdem nicht schlecht. Juhu, die Nahrung verbessert sich. Ah, toll. Der hat keine Aktivität, das ist doof. So steigt mir der ja nicht auf. Jetzt such ich hier mal krampfhaft noch dem Scheißding hier. Dass ich hier mal die letzten in Aktivität setzen kann. Forschungslabor, da ist es ja. Natürlich hab ich nicht genug Geld. Wie konnte ich denn so blauäugig sein? Wissenschaftliche, äh, Ergebnisse kann man nicht einfach herbeizaubern. Aber ich bemühe mich weiter. Geht doch. Die Kohle steigt. Die Kohle steigt. Das seh ich gern. Wenn die Nahrung voll ist, krieg ich noch ein bisschen mehr Geld. Jetzt mach ich noch ein paar Häuserchen für meine Bürger. Ähm, baue ich noch eine Straße wieder, wie immer. Die ich nicht bauen kann. Zu wenig Kredit. Ich weiß. Ich krieg hier am Zahnfleisch der Nation. Um jetzt hier endlich mal die Scheiße fertig zu kriegen. Spiel gespeichert. Danke, Computer, dass du mir das Spiel speichert hast. Mit einem größeren Rechenzentrum ginge meine Arbeit schneller voran. Naja, muss wohl auch so gehen. So, geht's jetzt mittlerweile. So, Nahrung ist voll. Drücke ich hier mal ein bisschen aufs Plus. Was hier ein bisschen schneller vonstatten geht. Wir schieben immer so einen Zeitdruck. Dabei braucht's das alles gar nicht. So, muss ich jetzt euch wirklich die Kohle senken. Die Ausstattung meines Labors ist bestenfalls notdürftig. Dafür ist die Bezahlung mies. So, aber jetzt steigt ihr mir bitte auf. So. Kommt, Leute. Ich brauch euch. Ach, komm, ey. Habe ich euch so lange vernachlässigt oder was? So. Äh. Die Arbeitsbedingungen hier sind zu 100 Prozent, äh, perfekt. Sie wissen wirklich, was Laboranten wie ich brauchen. Und jetzt verarschen sie mich komplett. Na super, die brauchen, äh, Carbon. Und ich hab kein Carbon mehr. Jetzt, jetzt ist es vorbei, würde ich sagen. Also jetzt krieg ich nicht mehr hin, dass ich das Carbon produziere. Oh, das Ding allein kostet schon 1.500. Äh. Nein. Achso, nee. Zack, wieder Render. Nein. Ich hab Kohle und Öl. Ich müsste eigentlich nur die Carbonproduktion hinstellen. Aber ich brauch irgendwoher 3000. Leute, ich muss euch... Leute, ich muss euch schröpfen. Und noch ein paar Häuschen hinstellen. Lass ich hier noch in Plus kommen. So, so. So. Kommt, Leute, lasst mich nicht im Stich. Äh, wo könnte ich noch eins sparen? Ich dreh durch. Ich reiß' ich weg. Sechse von Sechse. Wie viel Strom produzierst du? Null. Dann kann ich dich ja abreißen. So, ich hab'n Plus. Ich hab'n Plus. Warnung. Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt. Wo? Oh. Das einzige Ergebnis, das sie, äh, unter diesen Lebensbedingungen erwarten können, ist Immigration. So, äh, so. Ich brauch' ne Straße hier rüber. Danke. Geht's besser? Achtung. Bevölkerung verlässt die Stadt. Wohnhausruine. Alles erfüllt. Ist toll. So, komm. Jetzt brauch' ich ein bisschen größeres Plus hier, dass ich endlich mal nochmal die Carbon-Scheiße bauen kann. Aber mit 16 Dollar Plus ist es jetzt nicht unbedingt zu einfach. Desterwegen baue ich jetzt noch eine Straße. Hier so lang. So ungefähr. Und pflanze da noch ein paar Gebäude hin. Dass ich hier auch endlich mal auf die Knete komme. Das wird jetzt echt hardcore hier. Aber ich glaub', es sieht, sieht nicht mehr ganz so schlecht aus. Näh, da standen wir schon schlechter da. Und deswegen hab' ich jetzt Hoffnung. Jetzt muss ich halt hier noch die Bauzeilenproduktion ein bisschen anregen. So, kommt, Leute. Ich glaub' an euch. Kann ich irgendwas verkaufen? Hab' ich irgendwas zu viel? Eisen hab' ich voll. Werkzeuge darf ich fast nicht verkaufen. Sehr interessant. Sehr interessant. Die Häuser wollen auch nicht voll werden. Kann ich? Ne, so fahre ich wieder minus ein. Das geht nicht. Na, kommt Leute. Habt euch nicht so. Ja, so dauert das ein bisschen länger. Aber was soll's, was soll's. Das Spiel macht echt Spaß und ich will jetzt nicht unterbrechen, weil es ein bisschen blöder läuft. So, ach, die ist ja total für den Arsch gerade. So, noch ein kleineres Plus dazu. Was haben wir hier drin? Minenbauplatz. Ja, ist jetzt ein bisschen langweilig, weil ich jetzt hier nichts mehr machen kann. Fürs Erste. Hm, was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Jetzt versuche ich wirklich noch die 50 Laboranten zusammen zu kriegen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue? Ich muss noch irgendwo Geld zusammenkriegen. Notfallausrüstung. Sind auch so schweinsteuer die Dinge. Sprengung. Wie viel Strom produzierst du? Null. Wenn du in der Pause bist. Komm, ich reiß dich ab. Ist da was dagegen? So. Haben wir ein kleineres Plus wieder gemacht. Was ist denn hier los? Ja, ich weiß. Ich muss die Scheiße hier machen. Oh. Pause. Pause. So. Da wird ja das Plus endlich größer. Mal wieder kurz geräuspert. Ich hab irgendwie momentan immer so einen schleimigen Hals. Na, komm. Ein paar Credits nur noch. So, jetzt gucke ich mal rum. Ja, ja. Ich mach mir hier jetzt mal keinen Stress. Ja, ich mach Fortschritte. So, weg damit. Menschliche Individuen sind entbehrlich. Aha. Jetzt müssen wir echt mal gucken, dass wir die Forscher zusammenkriegen. So. Achtung, Produktionsstillstand. Oh, das ist sehr interessant. Hier. So, Pause. Oder? Komm. Jetzt weiß ich das Ding noch ab. Bring nur 50. Ich dreh durch. Hm. Hm, 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 hm. So, weg. 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 Jetzt reicht's aber. Jetzt hab ich keinen Bock mehr hierher zu warten und zu hoffen. So, jetzt muss aber hier was vorangehen. Ich hab kein Rohöl. Öl. Äh. 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 Ich hab noch Rohöl. Kein fertiges Öl. Cool. Äh. Nee. Jetzt regt's mich grad ein bisschen auf. Der kostet nur 400. Juhu, juhu. Komm, deine Pause ist auch aufgehoben. Ich hab hier grad plus minus null. Ist auch schön. Wir produzieren endlich wieder Karperon. So, dann dürfte ja endlich bald mal jemand aufsteigen hier. Oder etwa nicht. Solange mein Labor...